Liebe Zuschauer, ist bei uns etwas falsch gelaufen, die Tagesmillionen. Ich kann sie Ihnen nicht verkünden, augenblicklich. Es sei denn, ich bekomme jetzt mal von irgendjemandem die Gewinnzahl. Gib mir mal bitte die Gewinnzahl. Die Losnummer der heutigen Tagesmillionen ist die 199199111. Ich wiederhole. Das und viel mehr gibt es um 19.55 Uhr. 19.55, mein Gott, schalten Sie ein und damit zurück zu TAF. Danke dir, Christiane. Zuvor waren bereits vier Männer aus der afghanischen Maschine geflohen, Entschuldigung. Die Flucht... Jürgen Wollemann sagte dann noch, man wolle weitersprechen, aber ein konkretes Termin gibt es noch nicht. Alle, die vor zehn Jahren gar nicht da waren, die sind jetzt unterwegs, um den, der da war, zu demontieren. Also stehe ich zu dürfen. Tut Ihnen der Schulterschrift... Für Sie bin ich nicht Herr Kohl. Herr Dr. Kohl. So, nehmen wir ein bisschen ab und ziehen Sie uns rein. Herr Dr. Kohl, tut Ihnen... Ja, das will ich. Ich möchte keine Intimität mit Ihnen haben. Ja, dann möchte ich auch nicht. Nein, nein, aber es kommt mir so ein bisschen so vor, dass man sagt, ja, wir machen das zusammen und wir machen zusammen Politik, aber es ist jetzt nicht so, dass wir gemeinsam großartig aufeinander zugehen. Hä? Also, das weiß ich nicht. Hätte ich gesagt, scheinen Sie überhaupt nicht zu greifen. Also... Nach wie vor noch immer nicht abgebaut wurden, weil vor allem die Stra... Was sieht man denn für Konsequenzen aus den ganzen Affären, aus dem, was da in Berlin passiert, aus dem, was in Düsseldorf passiert ist und ich sage, das ist ein strukturelles Problem. Konsequenzen, das jetzt ist ein strukturelles Problem. Bitte. So macht uns Politik wieder Spaß. Und voll rechts hat er auch mit seinem aktuellen politischen Superslogan, Kinderstatt-Inger. Ich denke mir, ein Kind soll sich nicht immer nur von Pommes, Pizza, ähm, Moment, Chili, ähm, Moment... Jetzt, Mama, langsam. Wer kann denn immer bei mich essen? Ich, bei dich oder du bei mir? Ja, klar! Sie pusten nicht. Hat sie erledigt. Ich rieche ihren Alkohol. Der Führerschein wird beschlagnahmt, bis ich ein Blutergebnis habe. In meiner Freizeit gehe ich gern schwimmen. Ich mag FKK. Bei Musik liebe ich den deutschen Schlager und Country. That is my race. Race? Das ist mein Fahrrad. Ne, Bikes, Raid. Race. R-I-C-E. Oder R-I-Z-E. R-A-Z-O-R. Habe ich auch vorher noch nie geschrieben. Wie? R-A-Z-O-R. R-A-Z-O-R. R-A-Z-E. Und R-A-Z-E wird's gesprochen. Was ist das Tolle an McBrother? Für mich total faszinierend, wie die Leute sich verändern. Das ist einfach krass. Das ist geil. Weil es einfach nicht so wie Malarko oder gute Zeiten, schlechte Zeiten, äh, Saltvility. Haben Sie mal eigentlich jemal kapiert, was Günther auch in diesem Premiere-Worldspot macht? Oder dieses da? Was ist das? Was ist das? Also die vom Premiere machen das eigentlich gar nicht schlecht. Ja? Also irgendwie. Was ist das? Ich hab das nie verstanden. Und ich hab ihn selber gefragt. Ohne, was ist das auch nicht? Hier sitzt der Vater. Geben Sie ihm kurz das Mikrofon. Sie können also einige Monate durchhalten, Herr Fox. Das Gelände ist unser, die Tanschel ist Eigentum. Wir sind im Familienbetrieb. Äh, vielleicht an den Mund bitte. Ganz kurz. An den Mund bitte. Theo West, es soll eine neue Entwicklung geben, ist, Sie sollen einen Hirsch gesichtet haben. Bitte wo? Ja, ich höre Sie nicht, Herr Jauch. Was ist denn Ihr Problem? Ich kann nicht lachen. Bin ernst. Bin der ernste Mensch, ne? Dann kann ich Ihnen helfen, ja? Ja, warum? Sollen wir mal zusammen lachen? Ja, lachen wir uns kaputt. So, danke. Tschüss. Tschüss. Tschau. Ja, das war Zapping.